Höhle! Tachchen mit Tachchen, hier bin ich wieder. Ja, Entschuldigung für das abrupte Ende. Sehr abrupt. Sehr abrupt. Also wir waren selber total schockiert. Wie? Kai, willst du erklären, was passiert ist? Ja, aber das City hat mal gemeint, nach zwei Stunden noch was, ich brech mal einfach mal ab und häng mich auf. Richtig, genau. Und dann? Dann hatten wir keinen Bock mehr. Ja, dann hat das mal gerecht. Ja, aber wir haben es gerettet, also Video- und Audio-Material, alles ist sicher. Ihr kriegt noch eure zwei Stunden, nicht nachgesprochen, was sonst wäre was scheiße, sonst hätte ich die Spiele in halbem Jahr nicht mehr eingepackt. Ja, das wäre echt scheiße gewesen geworden. Ja, gut. Ja, wir müssen einen kleinen Anfang nochmal sehen, aber ich denke, das sollte jetzt nicht so Weltuntergang sein. Das bisschen. Mann, Gott, hab ich aber gestern uns ziemlich in Schreck bekommen. Also, das war... Aber Kai hier hat uns alle gerettet. Zufall. Das ist Zufall, ja. Letzter mal Vogel. Sollen wir mal natürlich gucken, mal wie er jetzt alles ja aufleveln muss, aber das ist jetzt nicht so fragisch. Na, ist ja nicht so weit. Ich habe hier irgendwas eingesammelt gehabt. Ich weiß, ich kann nicht mehr. Das ist meine Ei, hat es so viel mehr. Das ist meine Ei, das war in einem anderen Gebiet. Ja. Und sonst war wirklich nichts. Nichts, nein. Hier hat's ein bisschen viel. Kann das sein? Wir halten einiges aus. Aber es wird mir sowas wurscht sein. Wir können weiterspielen. Wir müssen nicht alles von vorne machen. Ja, ja, ja. Noch mal zwei Stunden noch mal von vorne für Scheiße. Ja, absolut. Also, könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Bei aller Liebe nein. Bei aller Liebe nein. Bei aller Liebe nein. Naja. Äh, was muss ich noch mal machen? Eine? Wahnsinn! Das war ein Deck, ja. Was solls? Was solls? Wow. Vielleicht. Vielleicht. So, wir halten immer noch so... Unsere Einbauer und Arme machen noch die Domruinen und dann war's das. Aber... Nicht, dass es noch mal hängen bleibt und wir kriegen da so Lebensschock. Ja. Wer weiß ich, ob das noch gut geht. Das war schrecklich. Ich hätte gar keinen Bock mehr aufzunehmen. Ich, ich, ich. Keine Ahnung. Muss mich so auch lenken. Als Nervenbüttel war ich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wenn. Feuerlöcher. Feuerlöcher. Das muss ich immer mal probieren. Oh, das braucht aber lange. Das war's. Süß. Woah. Macht gut schaden. Macht gut schaden. Aber kostet's. Naja, egal. Egal, egal, egal. Ich bin auch verwundern, dass die Audioqualität so gut ist, als ich reingehört habe. Ja. Die hat gepasst. Ja, hat wirklich gepasst. Man versteht dich? Ich hoffe jetzt auch. Ich hoffe, man versteht dich. Ich hoffe, man versteht dich. Ich hoffe, mich versteht man schon. Mehr oder minder. Wow, fast ein Sternfall. Naja, zwei, drei Gegner vielleicht noch. Ja. Welch diese stimmige Kämpferei. Ja, etwas nervig, aber gehört dazu. Ja. Oh, Nerfiger sind ja Strategie-RPGs. Die kann ich überhaupt nicht ab. Die sind wirklich bläh. Na, komm, hast du fertig. Kann ich das auch mal so blab machen? Es lohnt sich nicht. Äh, Fina? Oder was denn? Gesundheit? Oh, was ist das? Das war Husten. Das war ein Husten. Okay. Wir müssen jetzt doch etwas lauter. Wo müssen wir hin? Nach oben. Ich will aber nach links. Hm. What the fuck? Kein Kommentar. Hehehehehe. Hehehehehe. Grafrucht. Ah! Stärke bis 3. Oh, oh, oh. Äh. Äh. Gute Frage. Wird das Ding geben. Ich eigentlich auch. Äh. Wo stehen denn hier? Ich bin verwirrt. Die Stärke? Die Stärke, ja. Ohne. Rechne in dem Bild. Ah. Ja, eigentlich nur noch Fina. Ja, am wenigsten. Ja. Ja. Man, Fina. Wollt ihr uns länger haben? Nein, ne? Ich. Er. Äh. Womil kann was. So ist er denn nicht. Wer hat's denn jetzt eigentlich? Ja. Tra. Nein, er bestimmt nicht. So. Jetzt haut die ein bisschen mehr rein. So. Da geht's. Muss man da runter? Äh. 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 Geht nicht. Ist das hier? Der richtige Weg. Wo müssen. Aus ist Punkt. Ja, wo ich gucke, Colin. Nein, ich wollt noch nicht. Ich wollt gucken. Boah, das Ende der Welt. Riesige Mauer. Ja. Ich gucke aber noch. Gegenstände. Ja. Alles meins. Das war MIE. MIE. Falsche Richtung. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Egal... Spucken, der Cobra! Musik ist geil! Ja! Oh, das wird wirklich zu tun. Oh, das wird wirklich zu tun. Oh, das wird wirklich zu tun. Da... Mal... Nö, ich bin sparen. Fun! Na ja, muss auch gelevelt werden. Von daher. Ein bisschen sieht es cool aus. Also egal, ich mach es so. Ja. Wie schaut es denn so aus? Ach so, das nächste ist dann wo es zu dran. Hm, schätze ich auch. Die Domen würden sowas von mies. Die werden richtig Aua tun. Nicht von den Gegnern her! Nicht von den Gegnern her gegen... Das war covers ... lich stacken- Shtof ... Hänger zu. MachDRx schweiggerd 포處 невohnaal, ja. Mach!